Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ein weiterer Seriencheck und zwar zu Marvel's The Punisher. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, schon wieder eine Netflix-Serie und zwar haben wir hier Marvel's The Punisher, die erste Staffel. Ja, habe ich mir jetzt durchgeguckt. Es sind ja insgesamt 13 Folgen. Und ja, der Trailer hat ja sehr, sehr viel versprochen. Der sah sehr cool aus. Aber ich bin nicht so ganz zufrieden mit der Serie, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich kann auch hier schon mal die Wertung raushauen. Von mir klingt die Serie eine 3 von 5. Und würde ich sagen, fangen wir mit der Story an. Ja, wir haben Ex-Elite-Soldat Frank Castle alias The Punisher. Wir kennen es ja, wer Daredevil die zweite Staffel gesehen hat, da wird ja der Punisher eingeführt. Da wird ja die Geschichte ein bisschen über ihn erklärt. Und das setzt sozusagen direkt im Anschluss an Daredevil Staffel 2, setzt hier jetzt der Punisher an. Und ja, man sieht in der ersten Folge noch, kann man ja noch so erzählen, wie er sozusagen die restlichen Überreste sozusagen von Daredevil beseitigt. Also von der Staffel Daredevil. Und ja, man denkt, er ist tot, er zieht sich zurück. Ja, in New York. Und ja, aber das kann ja natürlich nicht alles gewesen sein. Und er kriegt halt, bekommt halt raus, dass halt nicht diese Drogenleute da, dieser Drogenhandel sozusagen schuld an dem Tod, allein an dem Tod seiner Familie sind, sondern dass da noch eine andere Hintergrundsache ist. Und er arbeitet dann mit David Liebermann, gespielt von eben Boss Baschrach, oder wie der heißt. So ein NSE-Analyst, der in der fassen derselben Situation ist wie er. Bloß, dass seine Familie noch lebt. Aber das ist jetzt, würde er zu weit gehen, um das zu erklären. Aber jedenfalls arbeitet er mit ihm zusammen und versucht halt die Drahtzieher seines, seiner Familientragödie, sagen wir es mal so, ausfindig zu machen. So, das ist erstmal so die Story, über diese 13 Folgen verteilt. Und kommen wir zu dem Positiven. John Benthal als Punisher finde ich wirklich gut. Er macht die Sache wirklich sehr, sehr gut. Er, ja, er kommt, er bringt das gut rüber. Aber, ich muss sagen, für mich ist der wahre Punisher immer noch Dolph Landgren. Muss ich einfach so sagen. Aber trotzdem macht er die Sache wirklich sehr, sehr gut. Wir haben auch eine schöne Härte in der Serie. Wenn es mal zur Sache geht, dann geht es auch wirklich zur Sache. Das ist gut, weil der Punisher, wie gesagt, ist nicht zimperlich. Das ist einfach so. Das war in den Comics so. Das war Dolph Landgren so. Da geht es schon zur Sache. Das finde ich auch gut. Und das muss ich sagen, das war eigentlich auch schon das Einzige Positive an dieser Serie. Es gibt ein paar Sachen, die sind wirklich negativ. Okay, positiv, man kann auch sagen, die Serie ist wirklich von den Effekten, von der Technik, ist die gut gemacht. Da kann man nichts sagen. Aber, wie gesagt, negativ finde ich, das sind diese Gefühlsrückblicke. Man versucht, dem Punisher sozusagen ein bisschen mehr Gefühl einzubringen. Und das ist meiner Meinung nach der Punisher, sagt ja auch schon der Name, Punisher, ist einfach... Jeder kennt die Story von Frank Castle, dass seine Familie getötet wird. Er nimmt Drache. Er bestraft einfach Verbrecher und tötet sie einfach. Also da ist jetzt nicht, dass er die verhaftet oder so. Die werden einfach umgebracht. Fertig, aus. Und hier versucht man immer so ein bisschen Gefühle hinzubringen. Man hat sehr viele Rückblicke nochmal zu seiner Frau. Kann man machen. Aber ich finde es hier ein bisschen zu viel. Wenn du das laufend bei jeder Folge siehst du da ein oder zwei so Rückblicke. Das ist dann schon... Irgendwann hat es bei mir nicht mehr gezündet. Und man muss dem Punisher keine Gefühle beibringen. So ein bisschen okay, aber hier wird das zu viel. Er ist ja nachher schon dabei. Er rettet nachher schon Leute. Ja, aber... Das ist so ein Problem, was ich hatte. Das nächste Problem ist die Story. Ist an sich... Der Ansatz ist eigentlich ganz gut. Hat mir auch wirklich im Ansatz gut gefallen. Aber das Problem ist, wir haben hier so eine... Es ist jetzt kein großer Spoiler. Ich will es ja nicht groß verraten. Aber wir haben so eine CIA-Story, sage ich mal. So eine Verschwörungssache vom Militär. Er war ein Ex-Soldat, hat irgendwas gemacht. Irgendjemand von der CIA oder NSA oder wie sie alle heißen, haben da irgendwie Scheiße gebaut. Wollen das vertuschen und so weiter. Wie gesagt, wir kennen diese... Das ist das Problem daran. Wir haben so eine Story schon... Ich weiß nicht, tausendmal gesehen. Tausendmal. Jason Bourne zum Beispiel ist sowas. Shooter. Wir haben da zigmal irgendwie so eine Sachen, wo ein Ex-Elite-Soldat irgendwie benutzt wird oder irgendwie was. Das haben wir alle schon tausendmal gesehen. Darum zieht sich das. Und ja, das war so ein bisschen mein Problem, weil das war jetzt irgendwie nichts Neues. Ja. Und dann baut man nachher im Laufe der Serie noch so eine kleine Nebengeschichte ein, wo noch was passiert. Die für mich so auch so... Ja, weiß ich nicht. Hätte man weglassen können. Das hat mich so null interessiert, diese Nebengeschichte. Ich will... Die Serie heißt Marvel's Punisher. Wir haben im Trailer den Punisher gesehen, wie es ordentlich zur Sache ging. Ich hätte mir gewünscht, sage ich mal, an dieser Stelle... Dass das zum Beispiel bei Daredevil zum Schluss waren ja die Iren da, die Iren-Mafia und so weiter. Das war ja dann noch nicht beendet. Wir sehen ja hier zum Beispiel bei Punisher zum Anfang, wie er dann auch ein, zwei Leute, sage ich mal, tötet. Das sieht man gleich, das ist kein großer Spoiler. Und dann ist halt die Sache, er hat alle umgebracht da, alle... Von dem ganzen Motorradsklub, bla bla bla, die ganze Story ist abgehakt. Damit sie diese Story anfangen können. Aber ich hätte die andere Story gern gesehen. Wie er da wirklich alle von der Mafia, von dem Motorradklub... Da hätte man wirklich, wie er die alle einfach brutal getötet hätte. Wäre eine einfache Story... Ja, okay. Ich sage Ypsu, ja. Hätten sich vielleicht auch einige aufgeregt. Aber ich glaube... Oder man hätte das vielleicht noch so... Wie gesagt, wir haben hier 13 Folgen, das ist eine Menge. Man hätte das vielleicht, so weiß ich nicht, 6, 7 Folgen noch so machen können. Und hätte dann diese Story hier noch kurz, nicht ganz so umfangreich, mit dieser Nebenstory da weggelassen, noch mit eingeführt. Dann hätte er das auch mit eingebaut noch. Ja, also so. Und dann nur schön auf der... Der Punisher, da gibt es einfach nur auf der Fresse die ganze Zeit. Fertig aus. Das hätte ich sehen wollen. Ja, wie gesagt, 3 von 5 ist wirklich eine gute Serie. Man kann sich die wirklich angucken. Aber war nicht so ganz das, was ich erwartet habe. Ich würde gerne wissen... Wie fandet ihr Punisher? Denkt mal, ist ja schon jetzt ein bisschen eine Weile raus hier. Man kam so auf den 17. November, glaube ich. Ja. Was meint ihr dazu? Und ja, schreibt mir das in den Comments. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.